Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu RenderDoc. Ich habe ja RenderDoc schon einmal gezeigt. Generell ist es einfach ein Tool, mit dem man, kurz gesagt, eigentlich die Grafikkarte debuggen kann. Und das ist durchaus sehr praktisch, denn normalerweise ist die Grafikkarte immer, ich finde immer so ein bisschen wie so ein schwarzer Kasten oder so. Man gibt da irgendwie Zeug rein und dann hofft man, dass es das Richtige rauskommt. Aber manchmal, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann kommt einfach gar nichts raus. Das Bildschirm bleibt schwarz oder es kommt immer etwas ganz Merkwürdiges. Und dann ist es meistens relativ schwierig, wirklich rauszufinden, an was das liegt. Und RenderDoc macht das eben deutlich einfacher. Und an sich ist natürlich eher für normale Anwendungen gedacht, also Dinge, die wir eben in C, C++ oder sonst irgendwas programmieren, die wir dann wirklich als executable vorliegen haben. Aber ich möchte hier auch mal zeigen, wie ihr Java-Desktop-Anwendungen im Endeffekt hier testen könnt. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel Android-Applications hier zu debuggen und so weiter. Aber wie gesagt, hier soll es jetzt erstmal um Java-Anwendungen, also wirklich Desktop-Anwendungen gehen. Und genau. Es ist eigentlich relativ simpel. Der größte Schritt ist eigentlich hier beim Executable-Path nicht irgendwie eure Charter-Teile oder sonst irgendwas anzugeben, sondern wir müssen hier eben eigentlich die Java-Virtuelle-Maschine angeben. Das heißt, ihr müsst eben die Executable von Java angeben, die ihr bei euch installiert habt. Das heißt, da müsst ihr natürlich wissen, in welchem Pfad ihr Java installiert habt. Das ist, da gibt es so eine Standard-Pfad. Wenn ihr da nichts geändert habt, sollte es da sein. Ich werde das dann hier mal einblenden. Ich bin natürlich unter Linux unterwegs. Dementsprechend ist es bei mir etwas anders. Bei mir ist es einfach bin slash Java. Das heißt, wir können aber kurz hin. Oder ich kann es auch direkt schreiben. Das müssen wir eigentlich gar nicht. Slash bin. Bin slash Java. So, relativ simpel. Working Directory. Hier geht ihr jetzt am besten dorthin, wo ihr eure Charter-Teile liegen habt. Für diejenigen, die jetzt hier für LibGDX folgen, ich mache es auch primär dafür, ihr müsst auf jeden Fall dann das Ganze wirklich als Charter-Teile erstellen. Das ist dieses DIST, dieser DIST-Task in Gradle. Das hatte ich ja auch schon im Video zur Desktop-Anwendung, hatte ich das auch schon gezeigt, wie das geht. Das heißt, ihr müsst jetzt hier entsprechend dorthin navigieren, wo das Ganze liegt. Und standardmäßig liegt das hier, wenn ihr in eurem Projekt seid, jetzt für LibGDX standardmäßig. Wenn ihr kein LibGDX verwendet, solltet ihr wissen, wo eure Charter-Teile liegt. Geht ihr hier, normalerweise heißt das Desktop. Ich mache das jetzt hier für Spacelar. Da heißt das, habe ich es umbenannt, da heißt das Client. Aber wie gesagt, bei euch wird das vermutlich Desktop heißen. Öffnet ihr und dann geht ihr hier in diesen Bild-Ordner. Hier drin dann unter Libs und den Ordner wählt ihr aus. Diesen Libs-Ordner. Das ist einfach der Standard-Ordner, wo das alles ausgeführt wird. Und als nächstes brauchen wir jetzt hier die Kommando-Zahlen-Argumente. Und jetzt müsst ihr euch wirklich vorstellen, ihr würdet eine ganz normale Char-Datei starten. Das heißt, man muss hier dann entsprechend immer minus Char angeben. Damit sagen wir eben, okay, wir wollen eine Char-Datei starten. Und dann den Namen dieser Char-Datei. Und dann könnt ihr einfach mal nachschauen, wie das bei euch heißt. Bei mir heißt es jetzt Client-1.0.char. Standardmäßig wäre hier eben auch in Libs-Desktop-1.0.char. Oder wenn ihr es umbenannt habt, müsst ihr euch natürlich hier, müsst ihr dann natürlich den richtigen Namen dann verwenden. Das heißt, wir machen das hier einfach mal Client-1.0.char. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Damit können wir es eigentlich schon starten. Hier können wir jetzt noch ein paar Optionen anmachen. Ich mache hier eigentlich so ziemlich alles an, was geht. Also, das hier lasse ich aus. Aber ansonsten mache ich hier erstmal alles an. Aber ihr könnt eine Fullscreen deaktivieren. Na, wir lassen es erstmal so. Genau, wichtig ist hier, was ich auch noch kurz dazu sagen möchte, gerade für den LibGDX-User. LibGDX nutzt ja standardmäßig LWJGL 2. Damit kommt die RenderDoc nicht zurecht, weil das eine sehr alte OpenGL-Version ist. Das heißt, wenn ihr wirklich mit RenderDoc was aufnehmen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall, oder ihr müsst auf das LWJGL 3 Backend umsteigen. Auch das hatte ich im Desktop-Tutorial gezeigt, wie das funktioniert. Im Endeffekt müsst ihr da einfach nur in Gradle sowohl da eine 3 hinten dranhängen bei dem LWJGL. Genauso dann im Desktop-Launcher. Eigentlich überall nur, wo LWJGL steht, LWJGL 3. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon. Genau, also das ist wichtig, weil sonst funktioniert es halt einfach nicht. Und dann können wir hier auf Launch drücken. Und dann sollte sich hier in kurzer Zeit das Ganze öffnen. Das heißt, hier startet jetzt mal ein Spiel. Spaceler kennen ja wahrscheinlich einige von euch. Man sieht es auch direkt hier oben, dass RenderDoc tatsächlich aktiv ist. Denn das hier oben wird normalerweise nicht angezeigt. Das wurde jetzt eben von RenderDoc hier ja mit eingebaut. Genau, und man kann jetzt hier, hier steht es auch schon, genau, F12 oder Print Screen drücken, um hier entsprechend mit RenderDoc was aufzunehmen. Das Problem ist jetzt, wenn ich das, ich mache das jetzt mal, bei mir ist das gleichzeitig das Screenshot-Tool. Das ist ein bisschen unpraktisch. Deswegen machen wir mal weg. Aber jetzt haben wir hier so eine Capture. Und wir können uns die jetzt anschauen. Wir können auch gleich nochmal eine machen, wenn ich weiß, wo Spaceler überhaupt offen ist. Ja, und dann gehen wir mal auf New Game. Wir starten jetzt nochmal eins. Damit wir auch wirklich mal hier auf der Karte sind. Und dann können wir uns mal anschauen, wie das denn hier funktioniert, wenn wir hier einmal Print Screen nochmal drücken. So, dann können wir das hier löschen. Und können uns dann hier die entsprechend anschauen. Wir können tatsächlich in der Zeit dann Spaceler tatsächlich auch beenden. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben die Sachen schon gecaptured. Die sind da auch wirklich da. Die werden auch schon richtig gespeichert. Und jetzt können wir hier reingehen mit Doppelklick. Und dann kann man das hier relativ simpel hier auseinandernehmen. Wichtig ist natürlich, wenn ihr euch da nicht großartig auskennt. Also wer mit OpenGL nichts anfangen kann, dann ist es durchaus etwas schwieriger, hier zurecht zu kommen. Aber es ist auch ein guter Anfang, um einfach zu sehen, was da so alles passiert. Das heißt, wir sehen jetzt zuallererst, haben wir zum Beispiel einen Clear Color Befehl. Und wir können auch, ich hatte ja im ersten RennerDoc Video schon ein bisschen gezeigt, wie man damit arbeitet. Ich werde dir nochmal ein bisschen was zeigen. Wir haben ja unser Clear Color. Das heißt, hier setzen wir das ganze Bild hier eben auf diese Farbe. Und danach kommen diese einzelnen Draw Elements. Das heißt, wir haben hier einen Befehl, GLDrawElements mit sechs Elementen. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt sechs Vertices. Und damit zeichnen wir eben das hier. Das heißt, wir haben hier noch eine Textur mit drin. Die müssten wir eigentlich auch sehen. Wenn wir mal hier in den Texture Viewer gehen, können wir nämlich auch auf Inputs schalten. Und dann seht ihr, dass hier unser Input ist. Das ist unsere Input Textur. Das ist im Endeffekt unsere, ja unser Atlas. Wir haben ja ganz viele Texturen hier in eine große Textur gepackt. Und das sieht man hier jetzt sehr gut. Was man auch sieht, ist, dass hier alles umgedreht ist. Das ist auch kein Zufall, sondern es liegt daran, dass OpenGL die Texturen immer, ja eigentlich umgedreht abspeichert. Deswegen ist hier alles irgendwie auf dem Kopf. Aber ihr seht ja, hier im Output sieht es dann richtig aus. Genau. Aber hier kann man zum Beispiel auch erkennen, okay, ist die Textur richtig geladen? Ist die zu groß, zu klein oder sonst irgendwelche Probleme? Hier, seht ihr, sieht alles gut aus. Funktioniert ja auch. Hier in der Ausgabe haben wir ja auch unsere, ja, unsere Ausgabe, wie sie sein soll. Hier unten haben wir auch noch den tiefen Buffer. Der ist jetzt hier nicht so relevant. Das ist eher für 3D relevant. Aber auch den debuggen zu können, ist wirklich praktisch. Genau. Und dann seht ihr, wie hier so, wie wir nach und nach alle Elemente zeichnen. Das heißt, hier haben wir eben den Hintergrund für so einen Button. Und dann kommt als nächstes dieser Text. Haben wir jetzt hier eben 48 Elements. Danach kommt eben der nächste Button. Und da seht ihr, wie wir die Buttons nach und nach zeichnen. Und dann sind wir auch schon fertig. Danach kommt Swap Buffers. Das heißt, danach wird das nächste Bild gezeichnet. Das heißt, hier haben wir jetzt wirklich einen kompletten Frame. Ihr seht, das ist wirklich relativ simpel. Also, ja, wir zeichnen alle Buttons einzeln. Und dann war es das auch. Wir können jetzt auch noch, wenn ich jetzt wieder zurück zu den Captures finde hier, können wir auch mal hier das Ding anschauen. Da wird man auch sehen, dass es noch nicht so ganz optimal ist. Naja, so. Fangen wir mal an. Hier oben erstmal klären wir natürlich den Screen, ganz normal. Und dann fangen wir an, hier die Elements zu zeichnen. Und da seht ihr jetzt schon sehr gut, wir nutzen hier einen Sprite-Batch. Und dieser Sprite-Batch arbeitet ja so, dass er, naja, im Endeffekt immer ganz viele Texturen oder ganz viele Dinge, die er zeichnen soll, erstmal zusammensammelt und dann in einem Rutsch zeichnet. Und ihr seht hier, unsere Größe für den Batch sind hier 6.000. Das heißt, er sammelt immer 6.000 Vertices und dann zeichnet er. Oder in anderen Worten sind es 1.000 Rechtecke, die wir zeichnen. Das heißt, ihr seht, wir machen hier mit diesem Batch, bis der ganze Boden gesetzt ist, auch schon mal 5 Calls. Und das ist durchaus auch nicht so ganz optimal. Also da kann man das noch optimieren. Dadurch, dass wir immer dieselbe Textur nehmen, kann man das eigentlich deutlich vereinfachen. Ja, und als nächstes seht ihr, da machen wir dasselbe nochmal mit diesem blauen Zeug. Da haben wir hier das blaue Zeug, hier haben wir das blaue Zeug und das Wasser. Was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass wir das in einem Call machen. Denn normalerweise ist es schwierig mit verschiedenen Texturen. Wenn wir auf unseren Input schauen, dann sehen wir, dass wir sowohl hier die Textur als auch hier diese Wassertextur haben. Und dementsprechend können wir tatsächlich das Ganze in einem Draw Call machen. Wenn wir das nicht in einer Textur hätten, müsste er hier zwei verschiedene Draw Calls machen, weil er zeigt ja im Endeffekt zwei verschiedene Dinge. Aber dadurch, dass wir hier tatsächlich das Ganze in einem Atlas haben, schafft er das hier in einem Draw Call. Muss hier aber nochmal einen machen, weil da noch mehr kommt. Und dann sieht man zum Beispiel hier, okay, das ist jetzt die Rakete, ganz rechts, die er da gezeichnet hat. Da kann man auch schauen, okay, ja, hier haben wir jetzt die Raketentextur. Man sieht dann zum Beispiel auch, wenn wir mal hier in den Mesh Viewer gehen, da sehen wir, okay, das ist hier unser Viereck, was wir für die Rakete erstellt haben. Da kommt einfach die Textur drauf. Da sieht man hier die einzelnen Positionen, man sieht die Farben, man sieht die Texturkoordinaten. Das ist jetzt mit Leap GDX nicht ganz so wichtig, weil in der Regel macht Leap GDX das natürlich schon alles richtig. Wenn man mal selbst irgendwas macht, dann ist das durchaus sehr praktisch, wenn man das nachsehen kann. Dann hier zum Beispiel werden jetzt die Astronauten gezeichnet. Auch hier sieht man, wir machen das in einem Draw Call, einfach weil wir das mit dem Batch, ja, gebatcht haben. Und dann können wir das in einem Rutsch rauszeichnen. Hier haben wir nochmal was. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, das ist hier unten irgendwas. Wir müssen mal ein bisschen raus. Das ist hier scheinbar der Chat. Ah ja, genau. Der Chat. Dann sieht man hier, haben wir jetzt diese Chat-Ausgabe. Das ist entsprechend hier dieser Aufruf. Auch sehr interessant zu sehen. Und dann seht ihr hier oben, haben wir jetzt diese Leiste. Interessant ist, dass wir hier tatsächlich zwölf Elemente zeichnen. Ich weiß gar nicht, warum. Zwölf? Hm, naja. Und danach kommen hier entsprechend noch die einzelnen, ja, wieder die Schriften, die wir hier oben stehen haben. Und dann haben wir auch unser Swap Buffers. Also man sieht ja sehr schön, was eben wirklich die Grafikkarte zu tun hat, wie sie das macht. Und wenn irgendwo ein Fehler ist, kann man auch ganz gut sehen, woran das liegen könnte. Man kann eben sehen, okay, ist das Mesh vielleicht falsch oder ist die Input-Textur vielleicht falsch? Im Pipeline-State kann man auch nochmal Dinge anschauen. Ist jetzt hier nicht ganz so spannend. Man sieht jetzt hier auch zum Beispiel, was für Dinge wir hier als Vertex-Input haben. Ja. Ist, wenn man weiß, was das alles zu tun hat, ganz interessant. Wie gesagt, wer jetzt wirklich nur mit Leap GDX arbeitet, da ist es vielleicht nicht ganz so relevant. Aber wenn man doch mal irgendwas Spezielleres machen will und entsprechend auf OpenGL wirklich direkt zurückgreifen muss, dann ist es sehr praktisch, dass man das hier hat. Genau. Dann sieht man zum Beispiel auch hier hinten den Fragment-Shader. Da sieht man auch nochmal die Textur, ob die gebunden ist. Das ist wirklich eher wichtig, wenn man da selbst was mitmacht. Da kann man nämlich überprüfen, ob das auch alles klappt. Hier sieht man zum Beispiel die Frame-Buffer. Das heißt, wir sehen, wo rein wir zeichnen. Da kann man zum Beispiel auch mit einem, wenn man hier einen eigenen Frame-Buffer erstellt, haben wir uns noch gar nicht angeguckt, wie das geht. Aber wenn man das macht, dann sieht man hier zum Beispiel auch, dass er in den DIN reingezeichnet wird. Man sieht, wie groß dieser Frame-Buffer ist. Man sieht, welche Formate die haben. Das heißt, hier haben wir einen Tiefen. Also wir haben hier unseren Depth-Buffer. Das heißt, der hat hier D24. Das heißt, er hat zum Beispiel keinen Stencil. Keinen Stencil-Wert hier mehr. Ist auch alles hier erstmal nicht so relevant. Wirklich wichtig ist es, wie gesagt, wenn man da was selber baut. Und wenn man das macht, dann sollte man zumindest halbwegs natürlich auch wissen, was man da gerade macht. Aber es kann wirklich sehr viel weiterhelfen. Und selbst, wenn man sich noch nicht so gut damit auskennt, kann man einerseits viel über die Grafikkarte usw. lernen, wenn man hier mal durchgeht. Und andererseits, allein schon hier zu sehen, okay, wie viele Draw-Calls macht er. Da kann man zum Beispiel sehen, okay, ich mache hier jetzt irgendwie fünf Stück oder so. Da könnte ich natürlich ganz simpel, könnte ich auch einfach sagen, okay, ich mache den Sprite-Batch größer. Ich mache da nicht 1.000 rein, sondern 5.000. Dann sollte das hier in einem einzigen Draw-Call durchgehen. Es dürfte dann nochmal ein bisschen performanter sein. Wie gesagt, schlecht ist es primär, wenn ihr irgendwie 1.000 Draw-Calls oder so habt. Das ist eher schlecht. Aber hier jetzt fünf Stück sind eigentlich jetzt nicht das Riesenproblem. Genau, aber hier sieht man eben auch sehr schön, wie ihr das nach und nach zeichnet. Hier immer von links nach rechts. Da, da, da. Und dann ist es irgendwann voll. Und dann kommt er mit dem anderen Rest. Also es ist wirklich sehr schön zu sehen. Und ich finde das einfach toll irgendwie. Ich weiß auch nicht. Zu sehen, was die Grafikkarte genau macht, das finde ich immer interessant. So, gut. Also das ist eigentlich schon das Primärding, was ich euch zeigen wollte. Im Endeffekt, ja. Der große Trick ist eigentlich, dass er nur die Java-Executable quasi angebt und dann entsprechend in den Kommandozeilen Argumenten einfach angebt, was für eine Java-Datei ausgeführt werden soll. Und dann funktioniert das auch schon. Was ihr auch noch ganz kurz hier unten seht, ist, dass ihr hier so ein paar Fehler habt. Das liegt einfach daran, dass die OpenGL-Version, selbst mit dem LJGL 3, ist es nicht hundertprozentig kompatibel mit RenderDoc. Aber ihr seht ja, dass es wirklich gut funktioniert. Also ich hatte da jetzt bisher noch keine Probleme. Genau. Ja, da hoffe ich, dass ich euch da zumindest dem einen oder anderen von euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ja, ich kann wirklich nur empfehlen, hier mal drin zu stöbern. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Also ihr könnt wirklich alle Texturen ansehen. Hier unten seht ihr zum Beispiel auch, wie die Sachen erstellt wurden. Das sieht man vielleicht, vielleicht, wenn man LibGDX verwendet, merkt man das ja nicht wirklich, wie das erstellt wird. Aber wenn man sich dafür interessiert, kann man das hier dann auch mal anschauen, was da genau gemacht wird. Genau. Also wie gesagt, kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und dann denke ich, wird es mit LibGDX dann mal vermutlich normal weitergehen. Und zwar, ja mal sehen, vielleicht auch mit dem Stream. Müssen wir auch noch schauen, bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht machen wir auch immer mal wieder eine normale Episode. Mal sehen. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn es gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.